hallo herzlich willkommen wir sind zurück zu einer neuen folge live in der wunsch schaut mal ich habe wieder die hoffnung es sind wir sind wir nicht die klassischen ranken oder da oben drauf ranken die in himmel hoch wachsen bestimmt sind es die einzigen ranken die uns helfen würden im spiel wir laufen gerade in einem biome wo wir nicht hinwollen efeu also efeu ist zumindest schon mal nicht die klassische ranke dr bogey also ich werde langsam aber weil ich gerade im wasser stehen wir testen es hiermit weil wir haben wir eventuell glück dass dieser blöde kram war funktioniert acht okay großen moment der moment der unwahrheit das ist der wahrheit ich werde ich werde mal sagen es geht nicht verdammte scheiße man es geht nicht tschuldigung wir reisen weiter und wir reisen jetzt dahin wo wir eigentlich hin wollten wir wollten in diese richtung wir rennen auch wir könnten aber hier gerade ein bisschen bisschen seerose mitnehmen weil wir wissen nicht haben wir wieder anfangen uns irgendwie stiefel mit dem neuesten schrei irgendwie zu bauen wir werden weiter erkunden fremdes gebiet unbekannte welten sieht man selten deswegen gehen wir uns zufrieden mit mit den bekannten welten hahaha so leute was ist das denn es ist eine kokosnuss jo baby das kokosnuss ach da haben wir schon okay aber cool wir hatten die nur als unreife frucht bisher gehabt sondern wir müssen mal gucken immer entscheidend ist ja nicht dass hier wo wir jetzt sind sondern was ist das was da vor uns kommt komm jetzt kämpf dich mal da hoch hier so wild ist es nicht dieser sprung das mag ich bei diesem biomen nicht hier dass du überall reinfallen kannst du kannst dir auf alles reinfallen du kannst dir auf den auf dem miesesten taschenspieler trick reinfallen so pass mal auf deswegen und da die welt bei tag immer freundlicher aussieht als bei nacht werden wir uns jetzt kannst du nacht schlafen ja werden gleich schlafen wir werden schlafen wir schlafen definitiv weil ich sehe ja kaum noch was ich kann ja kaum die hand vor augen sehen du kannst nur nacht schlafen du kannst nur nacht schlafen du kannst nur nacht schlafen das hat gerade eben irgendwie das hat mich an diese einfachen figuren von ernie und bert oder sowas weil die auch so mit dem mund so kommt was heißt kommentarlos so konturlos weil die einfach nur ihren ihren kleinen schlitzmund bewegen so was haben wir denn hier vor uns wir sind wir hoffen jetzt natürlich nur dass wir nicht ganz krass in stings kommen oder sowas ins warte mal ganz kurz mal kurz was gucken weil das hier um ich darf nicht runter fallen genau so boah was ist das denn für ein krasses hochhaus hier was ist da hinten das blaue irgendwas blaues gesehen oder ach da hinten ist das ach so einfach nur ein blümchen wir brauchen wir brauchen einfach jetzt mal den den klassischen wir brauchen den den klassischen den klassischen wir brauchen den klassischen efeu wir brauchen halt so ein kürze biomen das heißt wir brauchen den klassischen dschungel aber die frage ist natürlich dadurch dass wir hier tausend verschiedene biome haben werden wir es schaffen ein dschungel biome zu finden weil wir wollen das halt die kanalisation sie muss wachsen und gedeihen und vielleicht finden wir eine geile höhle auch oder sowas guck mal ey kaum sage ich geile höhle doch und sowas ich halte mal die shift hast du gedrückt ist auf jeden fall schon mal so giftbrühe aber ist nicht die richtige wir brauchen wir brauchen so etwas richtig wie kanalwasser aussieht das sieht ja aus als ob ich irgendwie keine ahnung will die abgelaufenen chemikalien oder sowas in den gulli reingeschüttet hätte ne 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 ist jetzt richtig geil wenn der gulli dann wenn der funktioniert der funktioniert ja nicht aber wir könnten uns jetzt da vorne ein boot bauen wir haben noch ein bisschen holz einstecken was geil ist dass hier auf der seerose eine blüte drauf ist ok leute passt mal auf wir machen sie es einfach einfach ist gut noch einfacher ist besser wir bauen uns ein boot haben wir hier oben sonst noch irgendwas interessantes sind wir auch laut unserem alten atlas in einem gebiet wo wir noch nicht waren das ist jetzt auch eine interessante frage passt mal auf also da hinter dem wasser ist unbekanntes gebiet da war noch nie jemand da war noch keiner leute das ist geil oder wir sind abenteurer auf vier schüssel also ja meine ich doch mit vier boote so das nehmen wir wieder mit wir wissen nicht wofür wir es brauchen denn sie wissen nicht was sie taten äh was sie taten wissen nicht was sie tun äh ich wollte gerade sagen jetzt nicht euer ernstes boot nicht fährt oder so jetzt düsen wir los ob die gesehen das ist dieses seerosenblatt das hat sich so mit der wasser mit der wasseroberfläche so mit bewegt so außer ozean nix aber vielleicht finden wir hinter hinter dem ozean ja vielleicht das was wir suchen auf der suche hier diese erfrischungsstäbchen leute habt ihr die als kinder auch gegessen ich habe die als kind immer auf das sechsten da drauf äh mehr egal ich hätte mir so aufgebissen und sie dann so wie so ein gläschen getrunken hab ich das auch gemacht schreibt es mal in die kommentare da haben bestimmt so viele kinder gemacht und man musste dann so wackeln oder mit der zunge drangehen weil ansonsten haben sich die tropfen nicht gelöst weil die halt festsitzen innen drin aber man hat hinten die rückseite aufgebissen probieren das jetzt mal es geht noch was ist dann durchgelaufen mittlerweile ist ja nicht mehr so süß wenn ich das sage ich es nicht mehr so süß dann häufig zur erfrischungstäbchen rein meine ernährung hat sich da schon geändert früher so ein zeug jeden tag gefuttert könnte man auch meinen dass ich das immer noch mache ja weil wenn ich im stream immer so ein zeug es ist eigentlich viel zu süß das finde ich auch zu süß aber schmeckt trotzdem lecker krass weiß ich nicht mehr auf dem ozean irgendwo jetzt weit und breit nichts außer ein paar seerosen auf der rechten seite was ich aber am aller krassesten finde wieso finden wir nie ocean monuments wir haben so viele unterwegs wir finden keine monumente mehr aber warum weiß es nicht wir müssen uns unbedingt einen helm bauen ne warte mal gerade kann man aus den algen das bauen was wir wollen ne ich glaube nicht wir müssen uns unbedingt einen helm bauen mit wasser affinität jetzt haben wir rechts oben starving stehen das heißt wir verhungern wir haben aber unten keine essens anzeige kann ich jetzt im wasser verhungern weil ich meine essens anzeige nicht sehe das ist jetzt die frage der fragen wir könnten ja auch einfach gleich mal anlegen und uns mal wieder ein paar kartoffeln reinhauen wüste mit löwen drauf haben wir so männlichen löwen schon oder haben wir nur die weiblichen war das eine ölquelle wir fahren mal krass haben wir gar nicht gesehen gehabt eine schleiminsel ein skelett zombies und skelette auf der insel ne unterhalb was hier scheint das krasse ist sowas ist natürlich geil leute wenn ihr angenommen es gibt auch dieses auf einer insel anfangen und gucken wohin man kommt oder sowas oh wir haben wieder unser unser scanner nicht dabei gemacht wir hätten so viel notes scannen können hier drei stück oder was eins hätten es auch ein oder zwei war doch eine dritte gewesen eben ich kann das echt dass wir verhungern gerade ja wir sollten mal anlegen leinen fest und akazie wir haben auch nicht mehr viel akazienholzer aber ich habe meine zauberachse nicht dabei kommen wir warte mal ich will mal grad gucken auch da ist auch in not brems 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 mein lieber so wie sieht es aus ne er hat essen mäßig alles alles gut denn 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 ich habe mich mit einer schaustellerfamilie letztens unterhalten und ne leute schausteller sind keine beleidigung die sagen selber dass es schauspieler 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 auch teilweise dass es selber als schausteller sind hier noch ein und die sind heimisch hier schon seit langem hier bei mir in der gegend aber sie wohnen trotzdem in ihrem wohnwagen weil die sagen die haben keinen bock in in der wohnung zu wohnen oder haus zu haben oder sowas die finden dazu ihre kultur mit diesen mit diesen mobilen arbeiten kann man es ja auch nicht nennen dass du halt dein zu hause abbauen kannst und da wo du dich befindest ist dann dein zu hause und so finde ich ganz eine ganz krasse mentalität ich könnte das nicht ich bin halt sehr heimat verbunden also für mich wäre das halt überhaupt nichts ja ich muss ganz kurz mal hier ganz kurz was schreiben so wenn denn 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 ok weiter geht's aber ich möchte trotzdem mal wieder ein bisschen land finden was auch cool wäre wenn wir hier bei live in the woods irgendwie ein u-boot bauen könnte und die unterwasserwelt mit dem u-boot erkunden weil sie ist echt schön die unterwasserwelt nur tiefsee tiefsee ist recht trostlos einfach nur aus guck mal das eis oder was doch hier ist kalt auf jeden fall ok eine zugefrorene wüste oder was ist das ok ich dachte eben gerade ein monument das wäre geil gewesen leute wobei wir gleich ein foto von machen war ganz viel eisbälle eisbälle schneebälle oh cool was denn das warte mal warte mal ok geht eh kaputt jetzt gell ja 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 klar was ist das alu eh geil leute wir haben doch alu gesucht also wir haben jetzt nicht gerade jetzt eben alu nicht gesucht aber grundsätzlich suchen wir immer aluminium weil alu ist extrem selten aber hier ist kies das krasse ist ihr müsst euch vorstellen so alu kies wie kann man sich das denn vorstellen man gräbt da eine schaufel kies weg und hat dann alu oder was und das ist kupfer kupfer brauchen wir eigentlich jetzt nicht aber könnte könnte auch ein dunkles bild machen hier so sieht auch ganz geil aus oder oh kohle wir haben halt naja was denn das wir sollten mal pennen dass wir mal ein bisschen das ganze bei tageslicht sehen auf dem schnee geht nicht ich hoffe schön schön frisch so da liegt man und erfriert fast oder so könnten die sein dass das ganze auch nur so eine kleine insel ist oder sowas gut ja bauxit oder das ganze zetrus quats komm mal her mein lieber quatsch das salz das sandstein wir wissen es für ein krasses biom dass er chromatit egal wenn der wasserfall der so drum rum geht das ist jetzt ok es ist nicht nur eine insel pass mal auf wir packen wir ein boot aus und feuer frei wir legen los wieder cool oder aber nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne ein dschungelbiom finden wir müssen das eis mal umschiffern jetzt wie die titanik hier landen und da auflaufen und sowas das wäre nicht so schön aber ich glaube wir sind schon wir haben jetzt schon wieder die karte recht weit in eine richtung entdeckt auf jeden fall wir haben auch noch kein tannenholz mit der zauberhacke weggemacht was ist das denn ok jetzt aber sah aus wie so ein muster da drin oder so denn 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 der der not komm lass doch mal ans eis biom ein dschungel biome neben dran wachsen Es könnte eine Sackgasse sein, eine Sackgasse, die fahren wir nicht hinein, hier ruckelt es halt immer, wo die Bäume sind, die Bäume, die bösen Bäume, Leute, die bösen Bäume. So, noch eine Note, noch eine Note, ich mache euch alle tot, wenn ich jetzt wenigstens den Scanner dabei hätte. Felsen, so Berge, mega cool, aber, okay, Ends sind da hinten, an der Ölquelle und Alu, Alu. Alu, 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 Alu. Komm, leg mal an. Achso, wir laufen übers Wasser gerade, wir haben gar kein Boot mehr. Was ist mit unserem Boot passiert eben? Wir sind doch gegen nichts gefahren. Ah, kleiner Waschbär. Achso, halt, halt, halt. Ja, ich will doch den Alu-Kies, guck mal, der Alu-Kies, der ist, oh. Acht Alu-Kies, ah, neun Alu-Kies. Oh nein, du willst mich da unten ertrinken. Der stirbt doch jetzt da unten, oder? Ich meine, das ist ein Waschbär, aber wir gar nicht wissen, wie lange der Waschbär die Luft anhalten kann. Wir werden weitergehen. Wir schauen uns... Direkt mal vergiftet an dem Teil. Grüner knollerisch. Achso, das ist ein Ends. Ich dachte eh, was geht mit den Birken ab? Ja, es war nicht der, gell, ne, bei mir. Ewas, was machen? Ich will es gar nicht wissen, ehrlich gesagt, was die da machen, oder sowas. Das sind irgendwelche sexuellen Endspielereien, oder sowas, ja. Ähm, die lassen wir mal schön ihre, ihre Dinge da halt, ähm, ja, ihre unverrichteten Dinge. Ich weiß nicht, ob sie unverrichtet waren, oder ob sie verrichtet waren. Das können wir nicht beurteilen. Und was ich auch noch immer gern wissen würde, warum ist es bei mir verpackt, dass die Hühner keine Eier legen? Ich meine, auch die Villager legen auch keine Eier. Die Villager vermehren sich ja auch nicht. Deswegen. Was ist denn, wenn wir so einen Wolf eigentlich mal ungezähmt mitnehmen? Ja, jetzt beruhigt euch doch mal, Leute. Was geht denn ab hier? Was, was ist denn los, Pferd? Hier, wenn ihr in Ruhe herrscht. Deswegen, gell? Oh, falsche Tasche, Tasche. Aber guck mal, hier. Der eine Wolf hat gar nicht mitgekriegt, was da passiert ist, gell? Ja, wo ist denn dein Kumpel hin? Der ist verschwunden, gell? Und außerdem tötet ihr hier gerade. Ihr macht hier zu viel Stress mit den Tieren. Die Tiere haben sich bei mir beschwert. Die haben gesagt, ey, Boogie, kannst du mal vorbeikommen? Kannst du uns mal helfen? Da habe ich gesagt, ja, okay, mache ich. Komm mal her, du brauchst dich gar nicht mehr verstecken da drin. Ne, das ist der Falsche. Haben wir Eisbären schon? Wo ist denn der Wolf jetzt hin? Alter, was willst du? Ich will doch gar nichts mit dir. Was geht? Ey, mach langsam. Ich habe ein Schwert in der Hand, gell? Ey, 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 ey. Pass mal auf dich, nehme ich auch noch mit. Zack, genommen. Okay. Wir reisen weiter und hau doch mal ab da hinten, Alter. Ja, würde ich auch sagen. Ey, der folgt mir immer noch, oder was? Ja, gleich nicht mehr. Komm, hier. Jetzt mal ohne Scheiß. Ey. Ist doch jetzt ein kleiner, oder? Ey, sag mal, wie lange will der mir noch nachlatschen? Hallo? Bist du weg? Was ist das denn? Was ist das denn für ein Tier? Was ist das? Das ist ja kein normaler Hund, oder? Ist das ein Wolf? Doch, doch ist ein Wolf. Hä? Ist das ein Wolf? Zeig mir mal dein Gesicht mal. Nein, was ist das? Oh, ey, der Nebel ist so... Wow, 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 wow. Hier. Ich nehme euch beide mit, Leute. Was auch immer du bist. Ich brauche dich. Komm her. Fuchs, ein Schneefuchs. Komm her. Schneefuchs gefangen. Und was war hier neben eben? War irgendeine Wildkatze. Du bist ja auch voll geil. Wow, du machst auch geile Geräusche, gell, für meinen Zoo. Komm her. Ey, ey, ey. Nein, nein. Nicht wegrennen. Hey. Yes, Baby. Ich habe beide. Und was ist das? Was hört man hier für geisterhafte Geräusche hier? Was ist hier los? Was ist hier los, Leute? Wir nehmen es nochmal. Ach, da genau. Wir nehmen es wieder eins in Reserve. Was? Was hört man hier? Was ist das? Geist oder sowas? Wo ist denn der? Okay, bis später, Neo. Äh, ist mir ohne Spaß, Leute. Was hören wir hier? Der Maulwurf ist es nicht. Aber ey, ist mir ohne Scheiß. Es muss auf den Bäumen sein, oder? Boah, ihr könnt die Folge vielleicht unheimliche Geräusche nennen. Wenn ich daran denke, noch bestimmt. Ich lade ihr dann wieder hoch und habe dann wieder vergessen, dass ich da so... Ui, Mammut, Wollmammut. Ah, das ist der Eisbär? Der war überhaupt nicht gechillt gewesen, ja? Äh. Wow. Yo, Baby. Ähm. Ich würde sagen, laufen wir vielleicht doch mal an der Küste lang. Aber hoffen wir mal. Aber hier, diese Dings war ja cool gewesen, oder? Dieser Schneefuchs war supergeil. Ui, Ui, ich könnte mal so gut auch hier... Äh. Ja, hör auf rum zu rülpsen, wenn ich hier bin. Wir könnten supergut auch hier... Ähm, das hier, gell? Äh. 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 Man sieht es halt besser als auf dem Waldboden. Warte mal. Äh. Könnte aber auch sein, es ist einfach Blähung, oder er muss rülpsen, Magenprobleme, oder irgendetwas. Klingt auf jeden Fall seltsam. Und wir können diese Geräusche nicht so wirklich... Aber grüner Papagei auch geil. Blauer Papagei im Schneegebiet. Aber jetzt mal ohne Spaß. Es gibt bei mir auch Papageien draußen, grüne. Da kann auch Wind und Wetter und alles sein. Die sind auch im Winter da. Die leben auch frei. Das ist auch wieder so ein Schneefuchs. Bist du ein Wolf? Ich dachte, du bist auch so ein Schneefuchs. Die sind... Eigentlich würdest du so ein Paar mitnehmen, oder? Die sind voll cool. Weißer Hoppelhase. Wir könnten so ein... So ein Gehege mit weißen Tieren. Weiße Tiere. Das ding zum, die Tiere, die besonders schlau sind. Äh. Jo. Du... Jetzt reicht's hier, Alter. Du hast selber Schuld. Und was bist du für einer, Mann? Aua, okay. Der will einfach nur in Ruhe weiterspringen, ja, anscheinend. Ja, im Springhalter, weiter. Ist ja auch in Ordnung. Ihr seid ja ja gegönnt. Und den anderen, das war eben reine Selbstverteidigung. Das war zur Selbstverteidigung, Leute. Hm, hm. Gras, die Graspöcke sahen krass aus, irgendwie. Ich glaub, das ist wirklich so eine Eisinsel. Könnten die Eisinsel ja auch verlassen. Sollten wir auch tun. Haben wir uns das Bett mitgenommen? Ja, haben wir. Ich hab... Oh, ich hab eben grad... Äh, Kaka... Oh, Leute, pass auf, Leute. Eh, wenn der Kakao wächst, dann heißt es, dass es ein Dschungel ist. Kakao wächst doch an den Dschungelbäumen. Haben wir jetzt unseren Dschungel gefunden? Yes! Eh, so fern der Heimat haben wir den Dschungel gefunden. Nachdem wir überall gesucht haben. Und da ran, wir machen auch noch... Wir müssen die Folge jetzt erst beenden, wenn wir uns die Füße gebrochen haben. Äh, wir hauen uns das jetzt hier rein. Wir schlafen jetzt hier neben, am Rand. Und dann testen wir, wir testen, ob wir Moosballen herstellen können. Weil wir das, wenn wir das geschafft haben, dann sind wir die glücklichsten Menschen auf Erden. Äh, ich brauch zwei Plätze hier. Boah. So, da hinten sind die Laserstrahlen des Todes, ja. Also wir sind so weit, so weit gekommen, so weit von zu Hause weg. So, die holen wir uns jetzt. Ranken, ich komme. Ja, es sind die klassischen Ranken. Eh, wie gut, dass du spielst, es nicht durch diese anderen ersetzt hat. Oder? Bist du eine Ranke? Du bist eine Ranke. Komm mal her, meine liebe Ranke. Und da ich weiß, dass es funktionieren wird, ich bin mir so sicher. Werden wir auch direkt Ranken mitnehmen. Oh, wir werden so abranken. Wir testen es jetzt. Weil wir es geschafft haben, dann gehen wir in die nächste Folge, Leute. Achtung, Achtung. Oh, oben hat der den Adler schreien gehört. Wirks создwuar, und der Mausballen. Mausmöllen. Lasst ein Like da. Wir haben Maus gefunden, wir haben Ranken gefunden. Und die machen wir in der nächsten Folge, wenn wir die ganzen Ranken mitnehmen. Wir werden den ganzen, oh. Jetzt habe ich ja die falsche Taste gedrückt. Wir werden die ganzen, wir werden die ganzen Urwald kaputt machen. Ich warte mal, jetzt habe ich das Falsche gedrückt. Dann mache ich Vollbild, und tut mir leid, Leute. Aber wir haben die Ranken gefunden, Leute. Das heißt, lasst ein Like da und schaut euch die ganze Folgen an, die ganze Liste und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis dann. Euer Onkel Bogi. Ciao.